Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, mir ist gerade eben in den letzten sieben Minuten von der letzten Aufnahme OBS abgeschmiert. Ich weiß echt nicht, was ich da falsch mache mit OBS aktuell. Ich habe wirklich keinen Schimmer, dass der mir die ganze Zeit abschmiert, aber gefällt mir gar nicht. Und ja, warte, ich muss eben hier die Musik wieder einstellen. So, wo haben wir die Musik-Lautstärke? Dann wird das vom Spiel selber wieder hier kommen. Naja, aber das gefällt mir echt gar nicht, dass OBS mir wieder abschmiert. Die letzten sieben Minuten, wir waren noch von der anderen Insel aufs Boot geschippert und dann sind wir von da hinten irgendwo bis hierhin gekommen. Und dann hier einmal noch mal ein paar von den Bäumen abgeholzt. Der fehlt uns noch. Wir hatten hier drei Bäume. Ich glaube, drei Bäume. Zwei Bäume. Also mit dem hier drei und dann den da noch. Äh, ich weiß echt nicht, was ich falsch mache mit OBS. Aber ja, es tut mir leid. Die letzte Folge ist dann noch heute ein bisschen kürzer jetzt geworden. Aber aktuell weiß ich nicht, wie ich das ändern kann, wie ich das ändern soll. Und ja, jetzt komischerweise Musik läuft immer noch nicht, aber egal. Ich muss das auch immer noch im Auge behalten, hier mit OBS. Falls sich einer von euch mit OBS auskennt, wie ich das zu bessern habe, zu ändern habe, ihr könnt und dürft euch gerne bei mir melden. Ich könnte da definitiv Hilfe gebrauchen, weil das Ding, da müssen wir eben wieder einfahren. So, und dann nehmen wir den raus und packen den rein. Was haben wir wieder hier Falsches drin? Das brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Davon haben wir auch mehr als genug. Oh, Planke. Rein. Und dann wollen wir hier hinten mal weiterbauen. Da kommen wieder Fässer. Dann würde ich sagen, fangen wir der Seite auch mal an. Oder wir machen hier erstmal alles full. Und dann hier bis hierhin erstmal. Und dann schauen, wie weit wir hier in die Mitte gehen müssen. So, die Fässer holen wir uns noch. Naja, aber eigentlich das mit OBS, das nervt mich richtig. So, ich war jetzt kurz bei OBS noch mal am gucken, ob das läuft oder nicht. Den kriegen wir. Und die da hinten auch mal auf. Ja, ich verstehe das echt nicht mit OBS aktuell. Keine Ahnung, was ich da falsch mache. So, da packen wir das da hin. Ah, und da kommen drei Fässer wieder. Den kriegen wir nicht. Nicht so auf jeden Fall. So kriegen wir den aber. Was haben wir weggeschmissen? Steine brauchen wir nicht. Die Scheiß brauchen wir auch nicht. Und das hier auch nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt kein. Was sollen das jetzt mit dem Rucklern gerade? Jetzt kommt die Musik endlich wieder. So, weg damit. Und weg damit. Und das kann auch weg. Dann können wir das auch mal hier reinpacken. Und das hier. Komm, die Kartoffeln können wir auch mal hier reinpacken. So wie die Kokosnüsse. So, der ist auch fertig. Nice. Können wir die auch mal endlich hier einlagern. Dann können wir mal schauen, was können wir noch. Wir brauchen hier wieder einen neuen Haken. Ach, zwei Seile. Ein Bolzen. Zwei Planken. Ah, zwei Planken kriegen wir wohl locker hin. So, haben wir. Können wir hier jetzt noch mal einen neuen machen. Und so geben wir gleich auch irgendwann mal den Geist auf. Und kriegen wir den. Waffen wir mal. Ist noch zu weit weg. Da haben wir wieder eine Insel. Und wir müssen wieder was essen. Und trinken definitiv auf. Und den müssten wir jetzt kriegen, oder? Ja. So, kommen wir da ran. Ich hoffe, den kriegen wir. Da ist sogar noch eine Planke bei. Geil. Okay, die Planke haben wir, aber das fast nicht. So. Ah, wieder die Pfeilblätter. Weg damit. Das auch weg. Aber es wird langsam, wirklich. 40 Tage haben wir auch ein bisschen überlebt. An der Insel wären wir so oder so vorbei. Okay. Komm, die gegarte Rübe können wir essen. Die tauschen wir mal aus. Ja, wie viele Rüben müssen wir wirklich essen? Da haben wir eine Insel. Da haben wir eine Insel. Aber wir müssen hier oben erstmal fertig haben, bevor wir uns die, diese Dings hier bauen können. Wie heißt das jetzt nochmal? Hier. Äh, die Antenne und den Empfänger. Warte, was können wir hier eigentlich an Waffen bauen? Netzwerfer, Bogen und Pfeil, Waffen. Ja, ich weiß nicht, wie gut die sind, ob wir Besseres kriegen können. Ich wusste noch, dass bei Gronkh und Tobi, die hatten so eine Art Schwert bauen können. Oder Machete oder so eine Art Schwert. Ich weiß jetzt nur nicht, wann wir mal eine Anleitung dafür kriegen, eine Bauanleitung. Aber da will ich hin, dass ich dann eine Bauanleitung kriege. So, kommen wir da ran an den? Ne, aber das Breit nehmen wir mit. Ach ne, komm. Ach ne. So, jetzt haben wir den. So, dann erstmal den Müll weg. Ähm, und den Müll weg. Ach komm, wir haben hier jetzt schon mittlerweile ein bisschen Platz. Können wir mal schauen, was wir für den Empfänger brauchen. Hier. Was brauchen, wo kriegen wir eine Leiterplatte? Leiterplatte. Fünf Kunststoff brauchen, äh, toll, jetzt brauchen wir Kunststoff. Okay, jetzt brauchen wir erstmal wieder Kunststoff. Dann schauen wir mal, wie wir den zusammenbauen. So, komm schon. Ja, wir haben's. Okay, drei Kunststoff. Aber die Palmenblätter, die brauchen wir immer noch nicht. Für eine brauchen wir... Ah, wir haben aber nur einen, äh, Kletterpflanzenglibber. Wie machen wir Kletterpflanzenglibber? Ich glaube, wir bräuchten dafür Seetang. War das nicht so? Dass wir Seetang bräuchten, das hier rein, zum, äh, zum Grillen. Zum, äh, Schmelzen meine ich. Und dann wir, äh, Kletterpflanzenglibber draus. War das nicht so? Ach komm. Schnappen wir uns... Eben den hier. Und den. Ach komm. Kann doch nicht sein. Jo, okay. Wenigstens nur das haben wir. Dann können wir den eben herstellen. Und... Für den Empfänger brauchen wir zwei. Und hierfür brauchen wir auch jeweils einen. Und vier Schrott. Aber wir brauchen drei von denen. Das heißt, wir brauchen fünf Leiterplatinen. Das heißt, auf der nächsten Insel... Warte, die Leiterplatine kann ich dann erstmal hier einlagern. Wir brauchen fünf davon. Auf der nächsten Insel müssen wir uns dann den Seetang schnappen. Aber ich kann zumindest nochmal den hier bauen. Immerhin. Ah, geil. Drei K... Äh... Drei Fässer und eine Kiste kommen da. So, ich hoffe, wir kommen da ran. Ich hoffe, wir kriegen den. Geil, wir schwimmen sogar noch auf einer Insel zu. Ja, wir haben ihn. So. Ich hoffe, in der Kiste ist Kletterpflanzen glibber. Ansonsten müssen wir wirklich uns Seetang holen. Nice. Und... Den haben wir nicht. Nur ein bisschen größeren, so diesmal. So, und da hinten noch ein Fass. Können wir eben das, was wir nicht brauchen, wegschmeißen, wie das hier. Oder den Stein. Das brauchen wir ja erstmal nicht. So, wo hatten wir nochmal? Leiterplatte hier. Kupferwaren haben wir genug, oder? Ja, sechs Stück. Ich glaube, an den kommen wir nicht ran. Den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Wohl, könnte knapp werden. Mit etwas mehr Geschick kriegen wir den. Ja, geil. Das haben wir geschafft. So, und weg damit. Komm, dann auf der Insel können wir erstmal die ganzen Retter holen. Dann gehen wir auf Tiefseefühlung. Erstmal vielleicht auch noch was essen. Oder hier können wir die Ananas aufessen. Ah, komm. Dann machen wir hier einmal so und so. So in etwa wird es dann aussehen hier. 41 Tage schon. Ui, dat war ein Ruckler. Naja, echt. Ich weiß wirklich nicht, was aktuell mit OBS los ist. Die Sorge, die ich habe, ist, dass es vielleicht auch noch mit meinem Aufbau hier zu tun hat. Dass das meine Grafikkarte einfach nicht packt alles zusammen. Als ich dann hier die vier Monitore angeschlossen habe. OBS dann noch voll am Laufen. Und dann die Spiele. Ich glaube, da hinten war noch eine Insel. Ja, da hinten ist noch eine. Nur eine richtig große. Alter, das ist eine richtig, richtig große. Yo. So, was haben wir jetzt eingesammelt? Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Davon haben wir erstmal noch genug. Das brauchen wir nicht. So, dann müssen wir jetzt... Oh, Ananas. Die essen wir jetzt eben ganz schnell. Ich glaube, wir haben die... Doch, wir haben die Samen eingesammelt. Warum auch immer. Und die Kokosnüsse können wir auch noch essen. So, jetzt ist die Frage... Finden wir hier die Klettersamen? Also, den Seetang. Aua. Hier haben wir auf jeden Fall Kupfer. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen. Ja, Boris. Genau. So, da ist unser Müll. Okay, wir müssen das schon irgendwo da vorne, wo... wo wir gerade waren, finden. Weil da überhaupt was wächst. Unter Wasser. Hier ist alles leer und tot. Noch eine Planke. Die brauchen wir. Also, wir müssen schon dort suchen. Äh, was war das denn jetzt? Ah, das sieht schon noch was aus. Seetang. Ja, danke, Boris. Ich weiß, dass ich zum Anbeißen bin. Komm noch mal hoch. Bevor wir hier ertrinken. So. Lädt unser Leben überhaupt? Ja, es lädt sich ein bisschen auf. Würde ich sagen. Da wir... Wir haben jetzt erstmal neunmal Seetang. Jetzt brauchen wir noch ein paar Mal Müll. Danke, Boris. Du bist ein echter Freund. Jetzt müssen wir aber schnell hoch. Ah, da war er schon. Der wollte schon zubeißen. Ich glaube, am sinnvollsten wäre es, wenn wir nochmal aufs Boot gehen und dann den ganzen Müll von wo anders. Also von den Kisten und so weiter holen, den Schrott. So. Ähm, was können wir hier reinlagern? Erstmal nix. Doch, hier die Mango. Jo, wie viele Kokosnüsse wir schon haben. Ich glaube, die Kokosnüsse können wir schon mal essen. Was ist denn das? Ton. Trockenziegel. So, jetzt ist die Frage, wie weit sind die hier? Ich glaube, daraus machen wir Kletterpflanzenglibber. So, da haben... Ja, geil. Okay. Dann können wir jetzt... Ah, Kunststoff fehlt uns noch. Ne, wir drehen mal in die Richtung eher. Da haben wir nochmal Plastik. Okay, wenigstens wollen wir uns das, äh, Plastik. Äh, die Planke. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Insel, wo die, äh, Riesenvögel drin sind. So, der ist fertig. Das heißt dann, nochmal den. Oder komm. Ne, ich glaube, die... Oder doch, komm. Hier, hier und hier. Dann schauen wir mal auf der Insel, was wir da alles kriegen. Ja, OBS läuft noch. Ne, aber echt, ich weiß aktuell wirklich nicht, was mit OBS los ist. Unschönes Ding aktuell in letzter Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob das an meinem PC liegt oder so. Ob der mit vier Monitoren nicht überfordert ist oder was weiß ich. Oder ob es an was anderem liegt. Keine Ahnung. Aber ich wollte eh bald, äh, auf einen zweiten Rechner, äh, umsteigen, dass ich, äh, mit zwei PCs hier dran arbeite. Und dann mal schauen, wie es dann laufen wird. Wird definitiv besser laufen. Vor allem, ich spare jetzt auch auf eine 40, 90er zusammen. Aber mal schauen, wie lange das dauert, bis ich die, das Geld zusammen habe. So, jetzt haben wir noch mal einen. Und, komm. Komm schon. Rauderplastik. So, den haben wir. Das heißt, wir können jetzt noch eine Leiterplatte bauen. Und dann jetzt unseren Empfänger können wir nicht bauen. Äh, super. Da ist ein Vogel. Da ist ein großer Vogel. Das ist so eine Insel wieder. Was soll ich mit so vielen Palmblättern? Wirklich. So, dann machen wir die auch erstmal da rein. Ah, okay. Seil können wir wieder hier auch mit drauf packen. Okay, das auch mal hier drauf. Und das auch noch hier rein. So. Alter, bis da hoch muss ich gehen, wenn ich da handeln will. Also, da ist der Haken. Ich habe den jetzt gesucht, wo ist der Haken hin? Ich muss mal umbauen hier, umstellen. Dass die beiden mal die Plätze tauschen. Ich habe einen Wal gehört oder so. Ich will, ich will schon hier anlegen, ja? Du musst schon das tun, was ich sage. Schiff. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir auf die Insel. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus 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 Ich bin's, euer Max Deus